Mein Name ist Oliver Burgunder und ich arbeite als Abteilungsleiter Gartenunterhalt für die Firma Hegigarten AG. Wir sind im Bereich Gartenbau und Gartenunterhalt tätig. Im Gartenunterhalt sind ca. 6 bis 8 Personen tagtäglich im Einsatz. Wir haben die Sorba als Gesamtlösung bei uns im Einsatz und in meinem Bereich brauche ich vor allem das Unterhaltstool. Das vor allem zur Planung, für die Apportierung und die Verrechnung und das möglichst effektiv. Bis dahin habe ich viele Mitordner und Notizleder geschafft. Jetzt habe ich alles im Sorba Unterhalt drin, was mir eine sehr gute Übersicht schafft und ein effizientes Arbeiten ermöglicht. Gerade die mobile Datenerfassung hat einen riesen Vorteil. Unsere Mitarbeiter schreiben alle Rapporte auf dem iPad. Respektive können sie auch in der Terminplanung Änderungen vornehmen. Sie können individuell auf Kundenwünsche eingehen. Und das Gute ist, wir können den Rapport auch hier unterschreiben lassen. Wir haben alles nachher in unserem System perfekt eingelassen und können das eigentlich nur noch zur Verrechnung freigeben. Der Mitarbeiter kann angehen, hat er eine Arbeit erledigt, kann selber Arbeitsgänge hinzufügen, kann auch mit dem Kunden schon etwas abmachen für das nächste Mal. Er nimmt aktiv an der Terminplanung teil. Dank der guten Vorbereitung und der Planung hat der Mitarbeiter weniger Aufwand zu rapportieren und dadurch gehen auch viel weniger Materialien oder sonstige Stunden vergessen. Die Mitarbeiter waren am Anfang etwas skeptisch, vom Papier weg auf das iPad zu kommen. Aber es hat sich schnell gezeigt, mit ein paar Schulungsstunden, dass das eigentlich eine super Sache ist und das iPad sehr gut verhebt im täglichen Einsatz auf den Baustellen und bei der Kundschaft ist die Akzeptanz auch sehr gross. Mit der Gesamtlösung der Sauerbau haben wir viele Arbeitsabläufe verbessern können. Gerade im Unterhaltsteil merkt man das auch, wir sind effizienter und trotzdem noch sehr kundenfreundlich. Ich kann es nur empfehlen.